Guten Tag. Glauben Sie, dass ich der Regierung vertraue? Glauben Sie, dass die Regierung Vertrauen verdient hat? Vertrauen Sie den Medien noch? Glauben Sie, dass die Medien Vertrauen verdient haben? Vertrauen Sie der Wissenschaft? Wissen Sie überhaupt, was Wissenschaft ist? Wissenschaft ist, wenn Sie Ihre Augen und Ohren aufmachen, kluge Gedanken haben und Fragen stellen und vielleicht eine Antwort darauf kommen. Die Wissenschaft hat keine Lösungen. Die Wissenschaft hat Fragen. Ich bin die Wissenschaft. Ich frage. Gibt es inzwischen mehr Impf-Tote als Corona-Tote? Untersuchen Sie es. Das ist Wissenschaft, wenn Sie es richtig machen. Aber dazu müssten Sie erst mal wissen, wer tatsächlich an Corona gestorben ist und nicht an irgendetwas anderem, an den Vorerkrankungen. Dazu müssten Sie die Pathologie aktivieren und ein paar Obduktionen machen. Ja, ist das passiert? Ist das passiert? Nein. Vertrauen Sie der Regierung? Vertrauen Sie den Medien? Vertrauen Sie Anonymous? Was? Vertrauen ist ein wertvolles Gut, hat, glaube ich, Frau Merkel mal gesagt. Und eben sagte ein Corona-Gläubiger zu mir, er hätte Vertrauen zu dieser Regierung. Er hat Vertrauen zu diesen Medien. Er hat Vertrauen zu dieser Regierung. Vielleicht hat er auch noch Vertrauen sogar lauter machen. Ich lach mich tot, ich lach mich tot, ich lach mich tot. Im nächsten Jahr wird es mehr Leute geben, die sich tot gelacht haben, als die an Corona gestorben sind. Ich lach mich tot, ich lach mich tot, ich lach mich tot. Vielen Dank.